Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hatte es euch ja im letzten Video quasi schon angedroht, dass ich heute mit einem XXL Make-Up Haul zurückkomme. Und ich muss dazu sagen, das wird für die kommende Zeit erst einmal der letzte Make-Up Haul sein, den ihr hier sehen werdet. Denn ich habe es in den letzten Wochen sehr übertrieben. Also mein Bestellfinger, der zuckte und zuckte und zuckte. Ich habe jede Menge Produkte gekauft. Ich habe bei dem großen Make-Sale zugeschlagen. Ich habe bei Look Fantastic und Douglas zugeschlagen. Und es stapelte sich und stapelte sich und stapelte sich. Und ich habe einfach zu viel gekauft in letzter Zeit und muss jetzt dringend wieder einen Gang runterschalten und erst einmal einen kleinen, nicht Kaufstopp, aber eine, ja, vielleicht kleine Kaufpause einlegen. Denn es war wirklich viel in letzter Zeit. Aber so habe ich viele neue Schätzchen, über die ich mich sehr freue, die ich euch heute in dem Video gerne zeigen möchte. Denn die sind einfach zu schön, als dass ich sie euch hätte vorenthalten können. Von daher, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit meinen neuen Schätzchen. Fangen wir ganz klassisch mit einem Produkt an, welches ich mir eigentlich nur aufgrund der Optik geholt habe. Also der Inhalt ist auch bildschön. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn von der Farbe her tragen kann, beziehungsweise ob das so mit uns beiden funktioniert. Ich habe das Produkt, ich gebe es frei zu, wirklich nur aufgrund der wunderschönen Optik geholt. Und zwar handelt es sich um ein Produkt aus dem Hause Guerlain, was es so in der Form aktuell nicht mehr zu kaufen gibt, da es Teil einer Limited Edition war. Aber ihr findet das Produkt noch auf den Kleinanzeigen oder bei Wintel oder in Facebook-Make-up-Gruppen. Also ihr habt theoretisch immer noch die Chance, da ranzukommen. Ich rede in diesem Fall von dem Terracotta Palm Street Bronzing & Blush Powder. Und das hier ist der Grund, wieso ich es mir holen musste. Ist das nicht eine unglaublich bildschöne Verpackung? Also es ist eine richtig, richtig hochwertige Metalldose, die einfach so Vintage-Make-up-mäßig hübsch aussieht. Also dieser wunderwunderschöne, ja, peachige Ton mit der goldenen Sonne und dem Terracotta Guerlain logo. Also Bild, 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 Bild schön. Und der Inhalt, der kann sich natürlich auch sehen lassen. Also es ist ein ziemlich Overspray-lastiger Bronzer-Blusher. Also es ist so ein Kombiprodukt, was aber eben dieses extrem glitzernde goldene Overspray hat. Also bevor ich den verwende, muss ich da definitiv ein paar Runden mit dem Pinsel drehen, um eben dieses, ja, grobe Gold wegzubekommen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das hier so gut sehen könnt. Doch hier, so eine wunderwunderschöne, ja, so ein Palmenprint. Hier oben habt ihr den Blushton. Also es ist auch wirklich vom Innenleben her ein tolles Produkt. Aber ich weiß halt nicht, ob der eventuell nicht zu warm bzw. zu dunkel für meine Haut ist. Aber das Risiko bin ich eingegangen, da ich die Box an sich eben so schön finde. Was ich außerdem ziemlich cool finde, hier vorne ist so eine ganz, ganz kleine Stofflasche dran. Das heißt, wenn ihr das Produkt geleert haben solltet, könnt ihr an dieser Lasche ziehen und ihr hebt das Produkt praktisch aus dieser wunderschönen Metalldose heraus, sodass ihr eben, ja, die leere Dose vor euch habt. Und das finde ich, die sich das natürlich aufgrund der Optik geholt hat, natürlich sehr gut. Und ich sehe gerade, hier ist auch noch ein Spiegel im Deckel drin. Also das war kein billiges Produkt. Ich meine, es ist Guerlain, aber ihr bekommt auch wirklich was für euer Geld. Also ihr bekommt die immens schöne Optik. Ihr bekommt den tollen Inhalt und eben auch noch einen großen Spiegel drin. Also ihr versteht doch sicher, warum ich es kaufen musste, oder? Das nächste Produkt dürfte den meisten von euch nicht unbekannt sein. Da besagt, das Produkt vor einigen Monaten einen extremen Hype abbekommen hat. Also jeder YouTuber hat dieses Produkt verwendet, hat es in die Kamera gehalten und zu Recht. Also es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Produkt und ich bin froh, dass ich es mir endlich gekauft habe. Die Rede ist von dem Benefit Cookie Highlighter. Und dieses Schätzchen hatte ich schon sehr, sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Aber irgendwas hielt mich immer ab. Also sei es der Preis gewesen oder ach, du hast ja genug Highlighter und ihr wisst ja, wie es manchmal ist. Und jetzt hatte ich eben die Chance, ihn günstig bei einem Insta-Sale zu bekommen. Und die habe ich natürlich direkt genutzt, habe zugeschlagen und jetzt habe ich ihn endlich. Und er ist wirklich, wirklich toll. Also es ist ein ganz toller, strahlender Highlighter, der, jetzt muss ich mal aufpassen, da das hier mit der Verpackung so ein bisschen schwierig ist. Und hier sieht man auch schon, wie extrem er teilweise schon in diesem Fännchen leuchtet. Also der Highlighter hat wirklich eine immense Leuchtkraft, ohne aber zu glitzerig zu sein. Also es ist wirklich ein toller, toller Highlighter, wenn ihr so richtig strahlen möchtet. Also ich für meinen Teil bin total begeistert von ihm. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt. Ich kann auch mal versuchen, euch den irgendwie zu swatchen. Aber ihr wisst ja, mit Highlightern ist das immer so eine Geschichte. Von der Grundfarbe würde ich sagen, geht er in Richtung Champagner. Hier unten auf meinem Handballen sieht man den Swatch und man sieht schon, wie extrem er wirklich schimmert. Also es ist... Ich weiß nicht, was ich großartig noch dazu sagen soll, denn der Hype, den er abbekommen hat, der war wirklich absolut gerechtfertigt. Ich benutze ihn super, super gerne und bin einfach nur froh, dass ich endlich zugeschlagen habe. Bei meinem nächsten Produkt habe ich mich von einem Aufgebraucht-Posting bei Instagram anfixen lassen. Richtig gehört, jemand hat sein leeres Produkt gezeigt. Ich fand es total toll, habe mich anfixen lassen und bin dann auf die wilde Jagd gegangen. Denn auch bei diesem Produkt handelt es sich leider wieder um ein Limited Edition Produkt, welches ihr aber immer noch auf den Kleinen anzeigen oder eben bei Facebook finden könnt. So habe ich es auch gemacht und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich sie noch ergattern konnte. Und zwar ist das von NARS die Motutane Face Palette. Also eine Blush-Bronzer-Highlighter-Palette, die eben in diesem wunderschönen tropischen Print kommt. Und spätestens seit meinen Flitterwochen auf Hawaii stehe ich auf alles, was mich auch nur ansatzweise an Hawaii erinnert. Und in dem Fall ist Motutane eine Insel in Französisch-Polynesien, die zumindest in der Nähe, also ungefähr 4000 Kilometer, von Hawaii entfernt liegt. Das heißt, ich war gar nicht mal so falsch und ja, ich habe es halt einfach mit diesen Insel-Sachen und die Hawaii oder die Zeit auf Hawaii war mit die schönste Zeit in meinem Leben. Also ich habe mich da so wohl gefühlt auf dieser Insel und ja, habe eine ziemlich große Obsession entwickelt, was Hawaii und alles drumherum angeht. Und da war eben klar, dass ich mir diese bildschöne Gesichtspalette auch kaufen musste. Denn im Gegensatz zu den Lidschatten, die ich von NARS bis jetzt eigentlich relativ schwach fand, muss ich sagen, gefallen mir die Gesichtsprodukte immer sehr gut. Sei es jetzt die Blushes oder ich habe so eine Bronzer- und Highlighter-Palette von denen und Gesichtssachen können die wirklich, wirklich gut. Und da war eigentlich klar, dass die Palette nur gut sein konnte. Vom Inhalt muss ich sagen, gefällt mir die Motutane-Palette aber auch wirklich gut. Also ihr habt dieses klassische Neapolitaner-Eis-Design, sprich einen hellen Highlighter, einen schönen rosigen Blush und den klassischen Laguna-Bronzer, der mir auch sehr gefällt. Ich habe den in der anderen Palette bereits drin und den finde ich wirklich, ja, durchweg gut. Das heißt, darüber habe ich mich schon gefreut, denn da weiß ich, kann man nichts falsch machen. Und sowohl der Highlighter als auch der Blush gefallen mir wirklich sehr. Die sind, glaube ich, neu. Also ich habe das NARS-Sortiment nicht im Kopf. Ich weiß, der Laguna-Bronzer, das ist ja der Bronzer von NARS, aber die beiden Töne, sprich Makatea und Manava, ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die eigens für die Palette kreiert worden sind. Ich gucke aber definitiv nochmal nach und werde euch unten in der Infobox wissen lassen, was nun richtig ist. Aber lange Rede kurzer Sinn, es ist eine solide Gesichtspalette. Also es ist definitiv keine Palette, wo man sagt, wow, das habe ich noch nie in der Art gesehen, das ist was Besonderes. Nein, das ist es nicht. Aber es ist eine durchweg solide Palette, aus der ich definitiv meinen Nutzen ziehen kann. Also ich weiß, der Bronzer gefällt mir, der Highlighter sieht wunderschön aus, Splash sieht toll aus, also es ist keine wow-Palette, aber man kann sie definitiv gut und häufig verwenden. Kommen wir nun zu zwei Paletten, die in letzter Zeit bei mir einziehen durften. Und um die erste bin ich selbst schon lange, lange drum herum geschlichen. Aber da es sich um ein amerikanisches Produkt handelt, hatte ich nicht wirklich die Chance, da zu bestellen, beziehungsweise das war keine Option, wegen Zoll etc. Und als ich das Produkt jetzt neulich bei, ich glaube bei Vinted gesehen habe, habe ich die Chance genutzt und zugeschlagen, denn diese Palette wollte ich wirklich schon ewige Zeiten haben. Und zwar ist die Rede von der KKWX Mario Palette. Also die Palette, mit der Kim Kardashian West mittlerweile, nicht mehr Kim Kardashian und ihr Make-up Artist Mario zusammen rausgekommen sind. Und wenn ich euch die Palette gleich zeige, die ist super basic. Also das ist eine wirklich schöne, keine Frage, aber absolute Standardpalette. Und da habe ich mich auch gefragt, du hast so viele Paletten mit denselben Tönen, musst du diese Palette auch noch haben. Offensichtlich, denn sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Ihr wisst hoffentlich gleich, was ich meine, wenn ich sage, sie ist halt wirklich basic. Also bis auf diesen extrem knalligen Blauton habt ihr diese ganzen anderen Töne in jeder anderen Palette. Ihr habt eure braunen Töne zum Ausblenden, ihr habt eure bronzigen, goldenen Töne für das komplette Lid, ihr habt diesen, ja, Pop of Color in Form von diesem wunderwunderschönen Blau. Aber irgendwie, ich weiß nicht, hat mich diese Palette nicht losgelassen. Ich habe die Chance genutzt und bin auch wirklich sehr, sehr froh. Ihr könnt sie nach wie vor noch kaufen, allerdings eben in Amerika über die Kim Kardashian Website. Und was kann ich bisher über die Palette sagen? Ich trage sie übrigens auch heute. Die Qualität ist astrein. Also da war ich wirklich richtig, richtig baff, denn die Töne, die ließen sich so, so schön ausblenden und vor allem so schön ineinander verblenden. Also es hat richtig Spaß gemacht. Es ist eine ganz weiche Konsistenz, fast schon buttrig. Also qualitativ war ich wirklich überrascht. Ich hätte gedacht, die wäre ein bisschen überhyped. Die hätte irgendwie von der Qualität her so ein bisschen Einbuße gemacht und lässt er Namen für sich sprechen, aber nein. Ich für meinen Teil bin aber nach wie vor sehr froh, dass ich mir die Palette geholt habe, auch wenn sie eben relativ basic ist, aber sie ist basic-mäßig astrein. Also eine tolle Qualität, tolle Farbauswahl und ganz große Empfehlung meinerseits. Bei der nächsten Palette handelt es sich um einen absoluten Spontankauf, denn meine Kollegin hat sich von besagter Palette getrennt und hat gefragt, ob ich sie ihr nicht abnehmen würde. Und ich habe geguckt, ich habe überlegt und es war in dem Moment perfekt, da ich mich so ein bisschen, ja, ähm, wie sage ich das jetzt am besten? Da ich in letzter Zeit meine Liebe zu etwas murvigen, altrosanen Tönen für die Augen entdeckt habe und da fällt diese Palette komplett rein, also war es, ja, mehr oder weniger klar, dass ich ihr sie liebend gerne abgenommen habe. Und zwar rede ich von der The, oder, nein, von der New Nude Palette von Huda Beauty. Die hatte ich nicht so wirklich auf dem Schirm, aber als ich sie mir dann genauer angesehen habe, um zu entscheiden, ob ich sie kaufen soll oder nicht, da fiel mir die Wahl dann wirklich nicht schwer, denn genau solche Töne finde ich im Moment wirklich wunderschön. Also, tolle Palette. Also, ich habe sie auch schon häufiger verwendet. Ich habe heute auch meinen ersten Look mit der Palette geschminkt, allerdings habe ich den Eyeliner dann so in den Sand gesetzt, dass ich mich komplett abschminken musste. Von daher, falls meine Augen irgendwie irritiert aussehen sollten, sie tun auch echt ein bisschen weh. Nichtsdestotrotz, an der Palette lag es natürlich nicht, denn die ist genauso wie die Desert Dusk wirklich, wirklich super. Also, die Töne lassen sich auch hier leicht verblenden, passen auch super zueinander. Also, gerade die ganzen matten, ja, Blendetöne, die passen unheimlich gut zueinander. Hier sind jetzt auch wieder diese besonderen Glitzer-Glidschatten drin, also die, ich weiß nicht, ob man das hier schon so gut erkennen kann, diese hier beispielsweise, die diese extrem groben Partikel drin haben, die sind wunderschön. Also, die sind sehr flaky im Auftrag. Man muss da auch definitiv aufpassen, weil sonst hat man den Glitzer wirklich überall hängen. Hier sind zwei etwas geligere Glitter, die, da, nee, da gehe ich erstmal nicht rein. Und hier oben, nee, auf der anderen Seite ist ein Concealer-Ton, der auch ein bisschen cremiger ist, sodass ihr die Glitzer-Glidschatten ziemlich gut darauf, ja, draufpressen könnt. Also, es ist eine gut durchdachte Palette mit wunderschönen Farben, zu der ich in letzter Zeit auch wirklich häufig gegriffen habe. Und der Look heute, der war auch echt schön, aber der Eyeliner hat mir da, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und, ja, per se bin ich mit den Huda-Paletten auch wirklich, wirklich zufrieden. Und ich bin sehr froh, dass ich sie mir geschnappt habe. Viele von euch dürften die traurige Nachricht über Becca Cosmetics ja bereits gehört haben, aber Becca Cosmetics hört ab September offiziell auf. Und die Nachricht, die hat mich wirklich eiskalt erwischt. Also, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Denn Becca, also ich meine, Becca kennt jeder. Die meisten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hatten in ihrem Leben zumindest mindestens ein Becca-Produkt schon mal in ihrer Sammlung. Sei es der Highlighter oder sei es einer von den Primern oder was weiß ich. Aber primär sind es natürlich die Highlighter, von denen ich spreche. Und deswegen hat mich das Ganze einfach so, ja, überrascht. Denn Becca kennt man. Becca, da weiß man, was man bekommt. Da weiß man, dass die Highlighter für mich zu den besten Highlightern überhaupt zählen. Und das hat mich wirklich, wirklich, wirklich geschockt. Und dann dachte ich mir, okay, bis September, vielleicht solltest du jetzt schon mal anfangen. Das war definitiv auch die richtige Entscheidung. Denn die Highlighter sind schon so gut wie überall ausverkauft. Also, Wahnsinn. Die sind bei Douglas komplett weg, bei Sephora, bei den amerikanischen und englischen Seiten. Unglaublich, wie die Leute jetzt schon angefangen haben, sich ihre, ja, Vorräte zu sichern. Und man sieht natürlich auch schon, dass die Leute teilweise auf Vinted und auf den Kleinanzeigen die Highlighter für das Doppelte vom Preis anbieten. Und das finde ich halt nicht okay. Also, ich meine, es ist okay, wenn die Leute jetzt anfangen, ihre Backups zu sichern. Gar kein Problem. Aber wenn Leute extra viele kaufen und die dann für das Doppelte vom Preis anbieten, das finde ich frech. Also, das macht man nicht. Und von daher war ich froh, dass ich mich noch rechtzeitig entschieden habe, einen Highlighter zu kaufen. Ich habe bei Beautilish bestellt, da ich nämlich den Moonstone-Highlighter noch unbedingt haben wollte. Und da ich, ja, gesehen habe, dass der schon ausverkauft war, dass es aber den Year of the Red Limited Edition-Highlighter noch gab, der im Grunde einfach nur Moonstone in einem anderen Print ist, habe ich den natürlich dann genommen. Und, ja, bin natürlich extra zufrieden. Oh, das spiegelt jetzt sehr. Bin natürlich extra zufrieden, da ich jetzt den Highlighter habe, den ich haben wollte und dann auch noch ein Limited Edition-Design, ja, dazu bekommen habe. Also, da habe ich dann gar nicht versucht zu gucken, ob ich den Moonstone noch in der normalen Optik bekomme, denn, ja, in Gold ist der natürlich noch mal ein bisschen schöner. und da es ja der Year of the Red Highlighter ist, ist hier auch eine kleine, okay, das sieht man jetzt absolut nicht, aber hier ist auf jeden Fall eine kleine, niedliche Ratte drauf, also als Print. Und, ja, also wenn man die Chance hat, den Moonstone als Limited Edition zu bekommen, dann schlägt man dazu. und ich für meinen Teil bin sehr froh, dass ich mir den noch gesichert habe und das wird auch erst mal das einzige Produkt sein. Also, was Becker angeht, war ich eben, oder bin ich nach wie vor der Meinung, dass die die besten Highlighter auf dem Markt haben. Die anderen Produkte, ja, die sind ganz nett, brauche ich aber nicht unbedingt. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr schade, da die Becker Highlighter wirklich die besten sind. Finde es schade, dass die anscheinend sich nicht irgendwie retten konnten. Und, ja, das wird wahrscheinlich nochmal ziemlich komisch werden, wenn die dann wirklich, wirklich weg sind. Abschließend möchte ich das Video gerne mit zwei Düften, die ich mir gegönnt habe. Normalerweise bin ich immer der Verfechter von, ja, einem Duft und wenn man diesen Duft riecht, denkt man automatisch an die Person. Aber irgendwie klappt das bei mir immer nicht so ganz, da ich einfach so viele verschiedene Düfte mag, und mich da auch nicht, ja, künstlich limitieren möchte. Bei dem ersten der beiden Düfte hatte ich so ein kleines bisschen ein Flashback zu dem Guerlain Puder, denn diesen Duft habe ich mir, ja, eigentlich aufgrund des Flakons beziehungsweise der allgemeinen Optik geholt. Also, das war ein bisschen risky, denn blind einen Duft kaufen und abwägen, ob der einem gefallen könnte, also das war wirklich riskant, das hätte auch immens in die Hose gehen können. Also dachte ich mir, dass ich mir diesen Duft, den es glücklicherweise als Rollerball gab, zuerst einmal in der Rollerball-Variante hole. Da habe ich natürlich diesen wunderschönen Flakon nicht. Es ist aber nicht ganz so schmerzhaft, wenn er mir nicht gefallen sollte und ich eben so viel Geld dafür ausgegeben hätte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Rede ist von dem neuesten Duft aus dem Hause Gucci, und zwar wäre das Memoir d'une odeur, also Erinnerungen an einen Duft und ich finde ja allein schon den Karton auch so unglaublich schön. Ich weiß, ihr seht es gerade nicht so detailliert, aber dieses Waldgrün mit diesen kleinen Sternen da drauf oder Sonnen, nein, es sind Sterne oder was auch immer, es ist einfach bildschön und normalerweise wäre der Flakon, ich kann euch hier gleich ein Bild parallel einblenden, dann wisst ihr hoffentlich, was ich meine, Normalerweise wäre der Flakon eben auch sehr Vintage-mäßig und irgendwie, ach, der hat mir einfach so, 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 so gut gefallen, aber ich wollte das Risiko eben nicht eingehen, falls er mir doch nicht gefallen sollte. Also, habe ich mich dann für diesen kleinen, unscheinbaren Rollerball entschieden. Dieser Duft ist übrigens ein Unisex-Duft, das heißt, er ist sowohl für Frauen als auch für Männer. Ich muss sagen, finde ihn eher männlich. mein Mann beispielsweise sagt, ne, der ist ja total weiblich. Gut, da gehen die Meinungen wieder so ein bisschen auseinander. Er riecht frisch, also es ist ein frischer Duft. Wieso versuche ich es eigentlich jedes Mal aufs Neue? Ich kann einfach keine Düfte beschreiben. Also für mich riecht er einfach nur frisch und ein bisschen herb und ich würde halt eher sagen, dass es ein männlicherer Duft ist, aber mir macht sowas ja auch nichts aus. Ich habe mir jetzt hier parallel mal eine Duftbeschreibung rausgesucht, da ich es einfach nicht kann. Also von der Duftrichtung her beschreibt ihn jetzt beispielsweise Douglas als aromatisch und das kann ich so unterschreiben. Als Kopfnote sind Mandel und Kamille unterhalten, unterhalten, enthalten, was ich so auch nicht rausriechen kann. Die Herznoten sind Moschus und Jasmin und in der Basisnote besteht er aus Zeder, Vanille und Sandelholz und ich glaube, also Moschus und Zeder, das rieche ich auf jeden Fall raus. Jetzt nicht unbedingt als solches, aber nee, also ich kann jetzt habe ich es mir in die Nase gesteckt. Großartig. Ich kann keine der besagten Richtungen so richtig rausriechen. Einzig und allein, ich würde halt sagen, es ist wirklich ein Moschus-lastiger Duft, aber sonst die Vanille nehme ich nicht wahr, die Kamille nehme ich nicht wahr. Also ich finde, er riecht gut. Also da habe ich den Blindkauf definitiv nicht bereut. Er hält auch sehr lange an mir. Es ist glaube ich ein Eau de Parfum. Genau. Er hält gut an mir, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn mir nachkaufen würde, was ich leider doch ein bisschen schade finde, da der Flakon halt wirklich schön ist. Also Fazit, es riecht gut, keine Frage, aber ich muss jetzt erstmal noch die nächsten Wochen testen und ihn täglich tragen, um eben zu gucken, ja, ob es nur gut riecht oder ob es eben mein Duft ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ein erfolgreicher Blindkauf. Den nächsten Duft, den dürftet ihr, glaube ich, sogar schon kennen und das war definitiv kein Blindkauf. Denn wer mein 140 Euro Goodie Haul gesehen hat, der weiß, dass ich im Zuge dessen eine Parfümprobe bekommen habe von einem der Deutsche und Gabana Düfte und der hat mir da schon sehr gut gefallen und was soll ich sagen, ich habe die Probe aufgebraucht und mich hat der Duft so gefesselt, dass ich ihn mir jetzt in groß nachgekauft habe. Die Rede ist von Deutsche und Gabana The Only One als Eau de Parfum Intense. Also nochmal eine Stufe mehr und das merkt man auch. Also man muss tierisch aufpassen, dass man sich damit nicht überdosiert. Also zwei Spritzer sind eigentlich schon zu viel. Also ich habe den erst gestern wieder drauf gemacht und ganz normal Spritzerchen links, Spritzerchen rechts und das war ganz schön viel. Also ich roch stark. Was aber irgendwie auch gut ist, denn ich habe immer das Problem, dass ich meinen eigenen Duft nicht richtig wahrnehme. Also ich sprühe mir den auf und dann rieche ich es für eine Stunde oder so. Und dann kann ich es nicht mehr wahrnehmen und das finde ich schade, da ich ja den Duft auch für mich trage. Das habe ich bei dem hier definitiv nicht. Also da rieche ich auch schon noch ein paar Stunden später den leichten Duft, den er dann verströmt. Plus ist der Flacon halt auch unglaublich schön. Also dieses schwere schwarze Glas mit der goldenen Schrift. Simpel, elegant fabelhaft. Also es ist ein sehr schwerer Duft. Würde ich sagen, geht in die blumig-orientalische Richtung, was normalerweise nicht meins ist. Also ich bevorzuge wirklich eher die herben, frischen Düfte. Aber dieser hier, wow, der ist auch hier, ich kann obwohl hier würde ich sagen, rieche ich Vanille ein bisschen raus. Ich muss mir nebenbei auch meine Duftbeschreibung holen, weil sorry, ich kriege es leider absolut nicht hin. Er riecht gut, Punkt. Und ich rieche ein bisschen Vanille, aber genau. Kopfnoten bei diesem Duft sind Mandarine und Neroli. Bei Neroli habe ich leider keine Ahnung, wie das riechen soll und Mandarine. rieche ich auch hier nicht raus. Jasmin und Orangenblüte folgen in der Herznote und unterstreichen die florale, fruchtige Wirkung des Parfüms. Mir ist jetzt schon öfter aufgefallen, dass ich Jasmin in Düften mag. In Duftkerzen beispielsweise finde ich es grauenvoll, aber in Düften gefällt mir Jasmin richtig gut. Und genau, hier in der Basisnote kommen Vanille und Kaschmirholz. Da habe ich mein Vanille und ich würde sagen, ich rieche auch eher die Basisnote. Also es ist einfach ein wirklich, wirklich schöner Duft. Also ich bin so froh, dass ich diese Parfümprobe mit in meinem Paket hatte, denn sonst wäre der mir hundertprozentig durch die Lappen gegangen. Aber es ist ein toller, toller Duft, den ich mir wahrscheinlich danach auch nochmal nachkaufen werde. So meine Lieben, das war's. Wir sind am Ende meines kleinen beziehungsweise meines nicht ganz so kleinen Make-up Hauls angekommen. Also Chapeau an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben. Ja, ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, das wird jetzt erstmal mein letzter Haul gewesen sein, denn es war wirklich viel. Ich meine, ich hatte euch in letzter Zeit ja schon die Douglas-Bestellung gezeigt, die Look Fantastic-Bestellung, die MAC-Bestellung, also ich habe es ein bisschen übertrieben in letzter Zeit und jetzt werde ich einen Gang runterfahren und erstmal gucken, ja, was ich noch drehen kann, außer Hauls. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr euren Spaß hattet und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in die kommende Woche. Kommt gut rein, bleibt gesund, sodass wir uns in bester Gesundheit nächste Woche wiedersehen werden. Bis dahin einfach eine ganz schöne Zeit, macht's gut und ciao!